Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video seht, weiter geht's bei Timberbohren. Und ich habe ein bisschen gewartet und weitergemacht und unsere Biber schon mal wieder hinzugeholt. Und übrigens ist es sehr interessant zu sehen, dass unsere Biber hier ganz offensichtlich auch eine Mechanik haben, dass das Fell sich ändert in Abhängigkeit von was auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich euch alle wieder mit dazugeholt, die gestorben sind. Ihr seht auch in der Zeit, es sind anderthalb Tage vergangen. Wie gesagt, es ist in der Zeit nichts passiert. Ich versuche immer zwischen den Folgen so ein bisschen Zeit zu überspringen oder halt irgendwann in den Folgen. Davidek ist mit dabei, Ice Bear, Kevin, Moradion, Heavy Buster sind alle mit dabei. Also, ihr seid alle mit dabei und wir haben auch unsere Sachen hier wieder. Ich habe uns bei dem Tag 1 mit dazugeholt, damit wir jetzt hier vorne die Sachen weiterbauen können und vor allen Dingen auch gleich die Schleusen bedienen können. Das mache ich alles ungern ohne euch. Und ich habe dazu auch nochmal überlegt, was denn wirklich wichtiger ist. Das Aqueduct, klar, langfristiges Projekt, keine Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Sachen hier im Moment wichtiger sind. Da würde ich jetzt auch erstmal auf normaler Priorität bleiben. Ich halte das nicht für so wichtig, dass wir da hochgehen müssen. Aber ich denke, eine normale Priorität ist schon mal ganz okay. Dann würde ich gerne noch ein bisschen weiter umpriorisieren und sogar den Schlepper aktuell unter die Forscher priorisieren. Denn wir müssen echt zusehen und auch eigentlich unter das bauen. Denn ich glaube nach wie vor, dass wir bei den Forschern daran kommen müssen, dass wir sogar dauerhaft jetzt hier sechs Forscher beschäftigen. Das ist eigentlich sogar relativ wichtig. Und ich würde die auch gerne so hinsetzen. So. Dass wir jetzt einfach hier mal dauerhaft sechs Forscher beschäftigen. Denn ansonsten wird das, glaube ich, echt ein bisschen eng werden. Auch was unsere Zeit angeht. Denn selbst wenn vier Forscher jetzt dauerhaft beschäftigt sind, brauchen wir immer noch knappe 27, 28 Tage, bis wir hier fertig sind und die genug Forschung zusammengesammelt haben, um die hier zu bauen. Wie gesagt, wir werden in der Zeit dieses Lager hier komplett füllen. Da bin ich mir auch sicher. Dann haben wir mehr als genug Materialien. Auch das kein Thema. Aber wir werden jetzt auch bei den Arbeitsplätzen hier einen rausziehen, um wirklich so viel wie möglich zu sparen. Und vor allen Dingen auch da werden wir jetzt nochmal einen rausziehen. Die können hier schon mal weiter bauen. Wir werden mal schauen, dass wir auch hier mal einfach hier diesen Fellbereich, ein falscher Knopf, entfernen. So. Dann wird er sich jetzt erstmal hinten auf die Eichen konzentrieren und wird die jetzt erstmal fällen. Und dann haben wir jetzt nur noch zwei Jobs, die unerledigt sind, beziehungsweise einen einzigen. Und der ist, wo auch immer er ist, auf jeden Fall müssen wir zusehen, dass die Erfinder hier funktionieren. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Denn es ist einfach essentiell wichtig, dass unsere Erfinder ihren Job gut machen. So. Das hier, diese Metallblöcke. Wie gesagt, wir können ja mal durchzählen, wie viel wir brauchen, damit wir wissen, ob das, was wir produzieren, ausreicht. Also, wir zählen mal durch. Wir brauchen ja eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sechzehn brauchen wir also mindestens. Das wären also, Lord Adam Riese, 16 mal zwölf sind also 120, 60, 78, ja, also knappe 200. Das heißt, wenn der hier voll ist, reicht das völlig aus, um das hier zu bauen. Wir brauchen auch noch 36 Planken für jeden. Und das wird spannend, muss ich ja sagen. Wir sollten vielleicht auch die Plankenproduktion, wir sollten vielleicht auch ein Plankenlager bauen. Was ist denn, wenn wir hier noch was bauen? Denn er steht im Moment halt auch still, ne? Ich will halt nicht, nicht alles voll bauen, weil wir müssen ja auf der anderen Seite hier noch ein paar Gebäude bauen. Ähm, hm, 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 hm. Das ist natürlich jetzt doof. Was ist denn, wenn wir hier unten noch ein Plankenlager bauen? Dann können wir halt schon mal auch die Planken durchproduzieren, die wir dafür brauchen, ne? Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das, wir machen das. Damit das hinterher, ähm, vernünftig schnell geht, wenn wir die ersten Sachen bauen. Ähm, obwohl wir natürlich auch sehr viele Planken brauchen hierfür, ne? Wir brauchen jetzt auch sehr viele, wir werden auch sehr viele Planken brauchen. Ja, wir haben allgemein jetzt einfach, ich hoffe, wenn diese fünf Biber hier, ähm, entsprechend jetzt älter sind, dann sollten wir eigentlich auch genug Jobs haben, um hier alles zu betreiben. Eisbär hat keine Lust. Und wir haben vergessen, die Sachen hier aufzufüllen. Uh, Leute, 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 machen wir. Aber wir haben einen halben Tag Zeit. Ich frage mich aber gerade, warum da nichts passiert, aber es funktioniert, ne? Okay, pass auf, dann machen wir erst mal die Schleusen. Und vorher, ich will jetzt echt so erstmal so ein Plankenlager fix setzen. Wir machen das mal hier hin. Einmal planken, bitte. Und im schlimmsten Fall machen wir den gleich mit an. Das wird dann wirklich erst mal auf Plankenproduktion gehen. Ähm, mehr, also genug Holz jetzt nicht, aber ausreichende Holzmengen haben wir ja erst mal. So, dann machen wir die Schleusen hier zu. Bring das Ganze jetzt mal in die andere Richtung. So. Er ist jetzt gleich mehr oder weniger so ziemlich voll, können wir das so sagen. Er ist jetzt voll, denke ich, ne? Äh, ja, genau. So, dann lassen wir ihn volllaufen. Machen da auch mal zu, dass der ganze Druck hier wirklich reingeht. Obwohl das vielleicht keine gute Idee ist. Keine gute Idee. So, den lassen wir volllaufen. Das müsste dann auch bald erreicht sein. diese Wellen, die sich da ausbreiten, sind immer wieder sensationell. Jetzt muss man, ja, jetzt ist voll. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den, den Maximalfürstand erreicht. Und dann lassen wir den Rest jetzt hier rechts durchlaufen. Dann sollte das eigentlich passen. So, wie gesagt, die Sachen hier links sind nicht so kritisch. Wenn das hier überschwemmt ist, wird es kritischer. Dann sind es irgendwie nur ein, zwei Tage. Aber diese Bäumchen hier sind 13 Tage. Also, da mache ich mir keine Sorgen. Das, das geht irgendwann wieder weg. Auch hier vorne. Das sind sieben Tage. Also, das sollte eigentlich, sollte das passen. So, jetzt sind wir auch da vorne, soweit, dass wir zumachen können. Das Wasser lassen wir jetzt da erstmal nochmal kontrolliert bei 0, 8, 5 ablaufen. Dann haben wir es eigentlich. Dann haben wir hier alles voll. Hier vorne die Planken. Das machen wir bitte auf Priorität 1. Und dann würde ich sogar, wenn wir die notwendigen Bibas gleich haben, ihn hier auch nochmal aktivieren, dass er ebenfalls mit Planken produziert, damit wir hier wirklich hinterher diese Überdachung hinkriegen. Ja, also das ist wirklich, für mich so Priorität, dass wir diese Überdachung hier schaffen. Und können wir eigentlich Wind produzieren unter so einem Dach? Können wir das hier drüber bauen von hier aus? Na gut, okay, das stört jetzt da noch nicht. Aber das müsste gehen. Und dann kommt hier oben drauf, da kommt der Hauptwasserspeicher drauf, da kommen dann Wasserpumpen hin. Also da nicht, da kommt dann eventuell das Hauptessenslager hin. Das kommt das, die Essensproduktion kommt dann hier drunter und so weiter und so fort. Das werden wir uns schön dreidimensional aufbauen, dass wir hier eine ganze Fläche frei haben mit Wohnhaus, mit Wasserspeicher, mit eventuell Nahrungsspeicher. Und hier unten wird die Hauptnahrungsproduktion werden. Und dann werden wir mal gucken, ob wir das mit dem Holz sogar umlagern. Das kommt dann hinten hin. Hatten wir alles drüber gesprochen. Und dann werden wir auch langfristig natürlich unsere Druckwasserspeicher bauen. Also je mehr Biber wir kriegen, desto mehr müssen wir speichern. Und ich denke, der nächste Schritt, wie sieht es hier aus? Ja, wir können hier mal zumachen jetzt. Dann lassen wir noch mal ein bisschen Wasser hier reinfließen. Und ich denke, der nächste Schritt wird dann sein, dass wir die beiden Teile hier bauen. Und wenn wir den hier und den hier haben, dann können wir das Faulwasser, da können wir auch während Faulwasser fluten, vernünftig das Ganze speichern. Dann sollte das eigentlich ganz gut aussehen. So ist hier alles zu. Joa, ist alles zu, ne? Okay, wie viele Tage haben wir? Er ist nicht ganz voll, aber das ist nicht so schlimm. Ey, 10 Tage. Ja, okay, das kriegen wir hin. Dies kriegen wir noch hin. Dies ist kein Problem. So, jetzt haben wir zwei Jobs übrig. Nicht im Ernst. Das ist natürlich ziemlich schick. Das heißt, wir werden einmal die hier vom Bauen priorisieren, bitte. Das heißt, wir haben zwei, nee, wir haben zwei freie Stellen und sechs offene Biber noch. Genau. So war's. Und haben wir jetzt sogar Namen übrig? Ja, wir haben sogar Namen übrig. Wir warten noch mal ab. Aber wir hätten jetzt sogar den einen oder anderen Biber übrig. Keine Sorge, ich habe noch genug Namen. Merlin, Locke, Loro, Tobi, Batzi, Talahasso, Hoppe, alle noch mit auf meiner Liste mit drauf. Gut. Holz kommt nach wie vor. Produktion läuft. Planken werden gebaut. Die Lager füllen sich. Wie sieht's hier aus? Ja, das passt auch. Das ist übrigens ein Projekt. Das müssen wir parallel zum Sprengstoff bauen. Damit wir dort dann das Ganze als Speicher nehmen. Oh, Leute. Leute, Leute, Leute. Schlechte Nachrichten. Die Kartoffeln sind fertig. Hey, der Witzker. Ja. Da müssen wir tatsächlich eine Person abstellen für die Kartoffelernte. Ähm, Lagerhäuser. Ob wir ein Großes nehmen dafür? Würde ich schon sagen, ne? Da. Dann machen wir da unten. Da noch ein kleines hin. Da ein Treppchen. Zack, bumm. Dann gibt's einen Weg dahin. Dann können wir noch zwei Lager bauen. Einmal auf die linke und rechte Seite. So. Und dann machen wir dort bitte das machen wir jetzt auch noch mal mit Priorität. Und da kommen dann die Kartoffeln erstmal rein. Wir haben halt noch keinen Kartoffelgrill. So. Da lassen wir mal das überlegen bei uns mal. Und das wollen wir eigentlich durch Grillen und heiße Kartoffeln machen. Gottchen, Gottchen. Jetzt brauchen wir auch jetzt brauchen wir auch einen Kartoffelgrill. Den müssten wir idealerweise hier hinstellen, weil da vorne das Holz ist. ein Kartoffelgrill bitte. Mhm. Mhm. Tja, wo stellen wir den am besten hin? Hier würde ich sagen, kommen noch Windräder hin. Ja, da passt er eigentlich ganz gut, ne? Die Häuser kommen ja langfristig weg. Dann können wir den Weg hier durchziehen. Hier vielleicht noch eine Reihe Kartoffeln und hier dann die Kartoffelproduktion. Das Lager könnten wir theoretisch sogar lassen. Ja, das passt. Okay, das passt. So, pass auf. Wir können auch mal das hier pausieren. Dann kriegt der, dann dreht der sich jetzt aus. Wir brauchen das Ding jetzt glaube ich nicht. Jetzt weiß ich auch, wozu man Windräder pausieren kann. Okay, gut. Ihr seid nach wie vor auf Anpflanzen. Priorität Karotte. Das passt. Dann bitte, ihr Lieben, einmal die hier bauen. dass das alles da reinkommt. Gut. Wir müssen einmal die Prioritäten hier zumindest auf hoch ändern. Dass das als erstes gebaut wird. Denn hier bin ich bei den Prioritäten jetzt auf normal. Da würde ich jetzt auch nicht weiter runter gehen, dass die Biber da halt wirklich rankommen. Aber wir haben ja dann noch ein paar Möglichkeiten hier weiter zu bauen. So. Kulpa-I ist gestorben. Oh je, oh je. Aber wir haben ja noch jemanden. Das ist einmal in Generation 4. Und der gute Red ist auch gestorben in Generation 2. Dann gibt es jetzt bei dir bald eine dritte Generation. Batscher starb auch. Oh Gott, jetzt kommt schon wieder so eine Todeswelle hier. Hoffentlich werden ein paar Biber jetzt bald älter. Wir brauchen... Das Problem ist, wir brauchen die Forschung. Also es ist wirklich momentan also kritisch mit der Anzahl an Bibern. Wir haben einfach zu viele Jobs jetzt im Moment offen. Und wir haben ja schon gespeichert oder wir haben ja schon weniger gesetzt. Aber ja, mal gucken. Momentan ist es kritisch, was die Biberjobs angeht. So, Kartoffeln kommen. Die Lager füllen sich noch nicht. Ja, das Lager füllt sich hier mit Kartoffeln. Das geht dann bitte hoffentlich schnellstmöglich dahin. Wir bräuchten halt jemanden, der baut für ihn. Pass mal auf, wir werden das Gebäude jetzt mal pausieren komplett. Dann ist der Job hier auch außer Prioritäten desto komplett raus. Ich glaube, das macht im Moment keinen Sinn. und da ist der nächste Biber. Das ist einmal Red in Generation 3. Sehr schön. Batscher warten wir auch noch. Jetzt haben wir hoffentlich noch vier Biber. Der Punkt ist, wir haben eigentlich genügend, aber die müssen auch erstmal natürlich größer werden. Bis ein Haus sich mit erwachsenen Bibern einfügt, dauert es natürlich auch alles immer so ein bisschen. Das ist ja auch der Punkt. So, wie sieht es aus? Da hinten wird als erstes gebaut, Baustein Priorität 1. Das ist gut. ganz von abgesehen, dass wir nicht genügend Biber haben. Dafür passt das. Dann geht es hier lang. Hier bauen wir noch nicht mit hoher Priorität. Da brauche ich mal eure Hilfe. Für die nächsten Folgen wollen wir den Teil hier priorisieren oder wollen wir lieber den Teil hier priorisieren? Ich persönlich bin ja eher für diesen Teil hier. Der Punkt ist, wenn wir den hier priorisieren, dann bedeutet das gleichzeitig eine Umverteilung unserer Arbeitskräfte. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ihn hier rausnehmen. Ah, der hat auch gar keinen. Pass auf. Okay. Den haben wir auf ganz niedrig gestellt. Genau deswegen... Oh Gott, jetzt ist ja schon wieder einer gestorben. Ich habe Butcher noch nicht mal mit drin. Meine Güte. Stirbt sich aber erfolgreich hier bei uns. So, obwohl wir halt auch... Haben wir irgendwelche Probleme? Ah, nasses Fell könnte ein bisschen mehr sein. Lagerfeuer und Dachterrasse ist jetzt auch nicht allzu viel. Das müssen wir mal... Warten, wir gehen mal auf 18 Stunden runter. Nicht, dass die überarbeitet sind, unsere armen Biber, denn es gibt tatsächlich auch Überarbeitung. Ist kein Witz, denn die Biber haben ja immer eine gewisse Zeit, die sie ihre Bedürfnisse hier und hier erfüllen. Und es ist ja in der... Jetzt machen wir ein bisschen langsamer. In der Praxis so, dass unsere Bibers... Wir schnappen uns mal ein und geben mit ihm mal mit. So, mit dir hier, mit dem guten Rat, geben wir jetzt mal mit. So, dass der gute Rat natürlich hier Punkte hat. Und nur, wenn diese Punkte erfüllt sind, hat er diesen 20%-Bonus. Wenn er diesen Bonus nicht erfüllt hat, dann hat er diesen Bonus natürlich auch nicht. Das ist nochmal eine ganz wichtige Sache. Das heißt, wenn er am Ende des Tages durch die Arbeitszeit keine Zeit hat, die Bedürfnisse zu decken, kann er diesen Bonus nicht kriegen. Und das bedeutet, dass er überarbeitet ist und früher stirbt. Also, es gibt tatsächlich in diesem Spiel auch eine Überarbeitung aufgrund eben der Spielmechaniken. Und das ist schon ziemlich schick. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. So, wie sieht es hier hinten aus? Ja, Holz wird weniger. Aber, wir haben jetzt keine... Also, mehr Leute haben wir jetzt einfach nicht. So, hier vorne sind die Forscher an. immer zu wenig. Hier Leute fehlen da noch. Wir nehmen mal hier einen raus. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, dass wir da ein paar Jobs, uns ein paar Jobs sparen. Wir müssen nämlich diese verdammte Forschung jetzt echt mal in den Griff kriegen. So, wir haben immer noch zwei Biber, die zu wenig sind. Schwierige Situation. Wir bräuchten... Also, den können wir, glaube ich, jetzt im Moment nicht betreiben. Wenn ich mal ehrlich bin. Ich glaube, dass... Ich glaube nicht, dass das was wird. Wir schaffen es ja kaum, unsere ganzen Sachen hier zu bauen. So, aber es sind natürlich auch zwei... Ah! Es sind auch drei Biber verletzt. Übrigens auch Thema Verletzung. Da können wir auch was dran machen. Wir können nämlich... Jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Ich glaube, bei Wohlbefinden, ne? Wir können den Kräuterheiler bauen, stellt Gegenmittel für Kont... Ach, nie! Das... Ah! Okay! Wir können... Stimmt, das wurde geändert. Mein Fehler, letzte Sekunde aus dem Bibergedächtnis streichen. Wir können hier nichts mehr machen, glaube ich, um die Verletzung zu verbessern, ne? Ne. Okay, drei verletzte Biber ist heftig. Wenn die alle wiederkommen, dann wird es irgendwann besser. Jetzt müssten wir tatsächlich mal... Die Prioritäten sind alle auf niedrig, ne? Genau. So, da sind wir jetzt mit vier am Arbeiten. Toll! Auch schon wieder nicht. Wir brauchen halt sechs. Wir brauchen Sechse. Ansonsten schaffen wir das nicht zeitnah, uns hier wirklich hinzubauen. Und wir werden übrigens auch... Wir werden übrigens auch, wenn die hier voll sind, dann werden wir die... Dann werden wir auch die Schmelzerei einmal pausieren. Und dann können wir eventuell auch ihn pausieren, wenn das hier voll ist. So lange... Also mehr braucht man, denke ich mal, dann nicht. So, Energie haben wir auch genügend. Gott, das ist auch eine geile Konstruktion. Muss ich... Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. So, okay, volle Geschwindigkeit. Wir haben noch vier Tage. Wir haben jetzt zehn Tage fast geschafft. Wir haben nicht mal den ersten hier leer gepumpt. Das passt sich ganz gut. So, wie sieht es mit den Prioritäten aus? Ja, pass auf. Wir machen... Wir pausieren das hier. Und lassen das erst mal so. Da kommen Kartoffeln rein. Da kommen auch Kartoffeln rein. Nein, nicht Brote. So. Und für mehr haben wir momentan jetzt einfach nicht die Leute. Da müssen wir jetzt... Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Wir müssen jetzt echt erst... Wir müssen jetzt forschen. Das hat absolute Priorität. Im Moment mehr als forschen geht jetzt nicht. Wir können auch den wieder pausieren. Da ist eh nie jemand drin. Da müssen wir jetzt echt mal gucken, ob wir noch irgendwo Leute sparen können. Wir haben drei verletzte Biber. Ich denke, wenn die... Wenn die kommen, dann geht's. Butcher in Generation zwei, bitte. Und wir hatten Nippon in Generation drei. So. Dusche läuft auch. Haben wir den genug Duschen? Wir sind ja relativ früh am Anfang. Wir könnten den noch eine Dusche bauen. Ich denke, das sollte... Das sollte passen. Und dann werden wir uns jetzt mal um Dekorationen kümmern. Denn das gibt ja auch noch mal eine ganze Menge. Wir haben nämlich noch einen Platz für eine Dusche frei. So. Und Dekorationen sind auch rein forschungsmäßig nicht allzu teuer. Das ist auch nochmal ein großer Vorteil. Und es gibt einige Dekorationen, die mit Stahl gebaut werden können. So, das ist einmal die Hängematte, der Strauch zum Beispiel. Das ist gut. die Laterne. Die ist mir schon forschungsmäßig zu teuer. Lass uns mal gucken, was die am meisten bringt. Ein Strauch und eine Laterne bringt jeweils eins. Dach eins. Vogelscheuche auch eins. So, pass auf. Ein Dach, da können wir was machen. Da könnten wir eine Konstruktion machen, die wir da hin bauen. und das Dach sollte hoffentlich nicht so teuer sein. Dann nehmen wir das Einser Dach, das kostet nicht so viel. Ja, und da müssen die definitiv alle durch. So, dann haben wir das schon mal. Ein Strauch kostet nur 20. Vogelscheuche kostet 200. Strauch kriegen wir auch hin. Denn die müssen definitiv alle nehmen. Aber wir können da oben welche hin bauen. Oder hier. Nee, wir bauen da oben welche hin. Ja, die 20 Punkte geben wir noch aus. So. Dass die von hier drüben auf die Sträucher gucken. Ja, beziehungsweise da würde ich sogar nur eins bauen. Die müssen ja eigentlich alle hier an diesem Strauch dann vorbeigehen. Ähnlich wie sie es hier mit dem Zeug machen. So, wie sieht es aus? Wir haben alle Jobs voll. Wunderbar. Das ist sehr gut. Red ist erwachsen geworden. Das heißt, wir haben einen Biber, der nicht weiß, was er tun soll. Dann, mein Lieber, kümmer dich mal ums Holz. Kümmer dich ums Holz. Denn was bringt mir das, wenn wir mit drei Leuten bauen und die aufs Holz warten? Dann können wir besser erstmal unsere Holzvorräte voll machen und dann lieber warten. So, wie sieht es mit dem Wasser aus? Oh Gott, ein Tag. Können wir ja auch schon mal wieder alles aufmachen. So, 1,7. Da gehen wir auf 0,8. Da gehen wir auf 1,7. Und da gehen wir auf 0,8. So, gut. Also, wir haben 10 Tage geschafft und wir sehen, 10 Tage reicht bei unserer aktuellen Population aus, dass wir nicht mal den ersten voll haben. Also, ich denke, alleine das könnte für 20 Tage reichen. Also, wassermäßig. Wir müssen die beiden Konstruktionen hier fertig machen. Also, die Faulwasserableiter sperren. Und wenn wir die fertig haben, dann sollten wir auch bei Faulwasser fluten. Ohne Probleme hinkommen. Gut. Gut, gut. Also, es läuft. Wir haben ein Job übrig. Der übrige Job, das wird jetzt bitte mal er hier werden. damit wir dort in dem, in dem, in dem, in ihn hier etwas reinpumpen. Denn, wie gesagt, wir müssen hier bei der Forschung weiterkommen. Da müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt rein. Wir sind bei 1,6. Denn ich möchte halt schon gerne hier vorne die Sachen fertig haben, bevor wir da vernünftig weitermachen. Das soll schon erstmal, das soll schon erstmal vernünftig werden. Ja. So, da kommt es wieder. Das Wasser kommt. da vorne ist unser Metall. Sehr gut. Wir haben Planken ohne Ende, wir haben Metall ohne Ende. Da können wir dann schon mal ordentlich was mit auffüllen. Voll ist es noch nicht. So, wir haben nur einen Biber verletzt. Hatten wir nicht noch einen, der gestorben ist? Genau, Rita. Oh Gott, Rita, ich hab dich vergessen. Rita in Generation 4. Du kommst natürlich auch gleich wieder mit. Dazu. Ja, da ist es doch. Da haben wir doch einen Moment. Warte, haben wir doch schon. Rita. So, da bist du doch schon. Und, Köröttchen holen und ab ins Bett. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, es läuft ganz gut bisher. Muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Und auch diese Energieversorgung hier, die funktioniert wirklich tadellos. Wir sind bei fünf Wohlbefinden. Wir bräuchten mehr für Lagerfeuer. Wir könnten noch ein Lagerfeuer bauen. Das ist auch halt wieder ein zeitliches Problem. Ja. Ja, ja, ja. Hier vorne auch. Wir haben zu wenig Plätze. Gerade, gerade auch was das Lagerfeuer angeht. Aber wollen wir da wirklich jetzt noch eins bauen? Ne, das lassen wir mal bleiben. Wir lassen das mal, wir lassen das mal bleiben. Wie sieht es mit dem Holz aus? Das ist auch okay. Wir sind übrigens gerade dabei, dass wir nur die Eichen fällen, ja? Also, wir haben uns, wir konzentrieren uns gerade auch mit dem guten Chris. Der konzentriert sich gerade ausschließlich auf Eichen. So, jetzt will ich nochmal kurz gucken, ob hier irgendwer noch gestorben ist, weiß ich nicht, mitbekommen. Nippon, haben wir den zurückgeholt? Ja. Gut. Dann sind alle mit dabei. Und dann könnten wir die gute Annette oder eventuell auch einfach der Lenzer in Generation 2 auch schon mit dazu holen. Top. So, 1,8er Forschung liegt an. Wie sieht es ansonsten aus? Speicher sind voll. Oh, hier geht es schon beim Bau los. Okay. Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst hier irgendwas bauen? Pass mal auf, das hätte ich schon gerne irgendwie erstmal priorisiert. Das kannst du bitte mal zuerst bauen, damit unsere Leute hier ein bisschen glücklich sind, wenn sie sich hier was zu essen holen, hier vorne auch. Ja. Das hätte ich gerne mal zuerst gebaut, mein Lieber. So, gut. Wir haben keine Jobs frei. Dann würde ich tatsächlich mal sagen, haben wir den Holz auf Lager? Nee. Dann machen wir uns erstmal, dann machen wir uns erstmal die Holzlager voll. Wir haben auch Kartoffeln ohne Ende auf Lager. Haben wir hier auch ein Kartoffellager? Ja. Wir haben jetzt gerade schon wieder eine Dürre. Uh, die wird heftig. Die Dürre wird heftig. Grundsätzlich, also wenn sich das nicht geändert hat im Spiel, dann ist es immer so, die, wenn eine Dürre sehr schnell auf eine weitere Dürre folgt, dann werden die Dürren heftig. Warum auch immer das in diesem Spiel so ist, fragt mich nicht. Keine Ahnung. Aber so ist es hier aktuell geregelt. So, da sind wir auch noch nicht ganz voll. Wie sehen wir da aus? Gott. Der produziert aber auch eine ganze Menge. Was hat der, wie viel haut der denn hier raus an? In 1,3 Stunden ein Brett und der braucht vier Stunden. Hmm, okay. Klar, der macht natürlich deutlich, der macht natürlich deutlich mehr. Mit Produktivität 63 Prozent. Energie hat er auch genügend. Sollte das schon klappen. jetzt würde ich tatsächlich doch den gerne mal bauen und den mit hoher Priorität belassen. Hatte ich hier, genau, Baustellenpriorität hoch. So, Nippon, Annette, hatten wir die schon zurückgeholt? Ich glaube nicht, ne? Dann machen wir das jetzt mal. Die gute Annette, ebenfalls hier bei uns schon in der Generation Nummer vier. Wunderbar. Es läuft, ihr Lieben, es läuft. Ich würde sagen, wir könnten sogar überlegen, ob wir jetzt schon mit der Planung des Tanks von hier aus anfangen können. Denn ich hatte mir überlegt, dass wir ihn hier lang bauen, bis hier unten ungefähr, also grob hier, hier rüber, hier lang und dann quasi dort anschließen. Ihr hattet auch mehrfach in die Kommentare geschrieben, die Verdunstung wird auch existieren, wenn wir ihn zumachen. Das heißt, die Verdunstung ist mittlerweile abhängig davon, wie viel Kanten wir irgendwo berühren und nicht mehr von der reinen, schieren Menge, die dort existiert. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir ihn nicht flach bauen. Flach bedeutet, dass wir möglichst viele Seiten bürren. Wenn wir ihn hochbauen, also möglichst hoch, dann ist in der Mitte relativ viel Wasser, dann hält es etwas länger. Das bleibt nach wie vor ja so. Und, dass wir den Tank halt dann hier hinbauen. Dazu brauchen wir aber natürlich eine ganze Menge, eine ganze Menge Wasser, also eine ganze Menge Holz, apropos Wasser. Jetzt sollten wir zusehen, dass wir auch hier wieder anfangen, die ganzen Tanks zu füllen. Jetzt sind wir hier innerhalb von ein paar Sekunden schon voll, machen den zu, werden den hier mal auffüllen. Gott, jetzt ist der auch schon voll. Ja gut, dann machen wir den auch zu. Wie gesagt, die Ecken hier sind fies. Ich kann es euch mal zeigen. Wenn wir die Karotte haben, da sind es anderthalb Tage und das kann bei einer richtig heftigen Überflutung schon knapp werden. Beim restlichen Zeugs ist es fast egal. So, er ist zu, er ist zu. Jetzt könnten wir eigentlich mal so mit 0,9 0,8,5 0,8 ganz bisschen noch reinfließen lassen. Das wäre wirklich so und wieder zu. Genau, das war das Ding wirklich vollhalten. 15 Tage, ja komm, das ist ja easy. Ach Gott, 15 Tage schaffen wir. Also da mache ich mir jetzt, da mache ich mir Gott sei Dank keine Sorgen. Okay, so, Chris, du bist gestorben. Ja, ähm, schade, denke ich. Nein, weiß ich, Chris, weiß ich, ist sehr schade. Definitiv. Und jetzt, Leute, haben wir hier unseren Strauch des Lebens. Oh, der hat sich auch geändert. Oh, der ist ja hübsch. Das sieht jetzt aus wie so ein kleines Bäumchen, seht ihr das? Jetzt haben wir hier Strauch ästhetik und Dach, das wird natürlich noch mehr werden. Die müssen ja am Ende des Tages irgendwo alle vorbei. Wir könnten hier auch noch einen Strauch hinsetzen. Pass mal auf, das machen wir auch noch. Wie viel Holz haben wir? Das gönnen wir uns jetzt. Kommt eh alles wieder weg. Das Gute ist ja, mittlerweile können wir ja sogar abreißen bei Timberborn und kriegen die Ressourcen zurück. Von daher ist es ja nicht schlimm. Wir können hier gegenüber auch nochmal einen Strauch setzen. Wupp, da einen hin. Priorität hoch. Wasser holen müssen sie sich auch alle. Das heißt, die müssen auch irgendwie alle hier durch. Gerade für alle Biber, die da hinten hinwollen oder alle Biber, die da hinwollen. Wir müssen alle hier durch den Gang durch, am Wasser vorbei. Passt also auch erstmal. So, Forschung sind wir bei 2,2. Das ist gut. Jetzt könnte man überlegen, jetzt könnten wir überlegen, ob wir eine Person mehr hier reinsetzen. denn ihr seht das wahrscheinlich. Hier oben sinkt jetzt zu allmählich die Karottenlage. Die Karottenlage ist kritisch und das will ich nicht. Das Problem ist, wir müssten eigentlich den jetzt aktivieren, damit wir, nee, pass auf, wir machen das anders. Wir setzen eine Person hier rein in den Grill. Der wird bitte Baupriorität hochbekommen und wenn der Grill fertig ist, dann eine Bitte an euch, das machen wir heute noch, dann bitte Rezepte in die Kommentare. Ich schreibe mir die auch wieder auf und werde die auch vorlesen in der nächsten Folge. Wir haben dann Karotten, gegrillte Kartoffeln, wir haben Karotten und wir haben Blaubeeren. Das sind die drei Zutaten. Also Holz natürlich auch. Ja, sowas wie Tischstäbchen geht natürlich auch immer. Also meine, unsere Biber essen ja Holz, klar. Also dazu gerne entsprechende Rezepte in die Kommentare und ich glaube, wenn wir die ersten Kartoffeln haben, Produktionsplan, gegrillte Kartoffeln und das ist jetzt, das ist der Lenzer macht das für uns, der besorgt uns jetzt Kartoffeln. Wenn wir das haben, die Kartoffeln hier, dann wird die Anzahl an Karotten wieder steigen, weil die Biber erst Kartoffeln essen. So ist es meine Hoffnung. So, jetzt kommen die ersten Grillkartoffeln. Da sind sie. Oh Leute. Könnt ihr, könnt ihr das riechen? Kennt ihr das? Wenn ihr, wenn ihr etwas seht und ihr es eigentlich nicht riecht, aber ihr habt diesen, oh, diesen Geruch in der Nase. Mir ging es dann immer so bei Männerlords, wenn ihr bei Männerlords die ersten frischen Brote hattet und du da, und du bist mit dem Lord da lang gegangen und hast dort wirklich dieses Brot gerochen, obwohl du gar kein Brot hattest. Du bist da lang gegangen und du hast dieses Brot in der Nase gehabt, genauso wie hier diese gegrillte Kartoffel und dazu ein bisschen Hacke Quark haben wir nicht. Wir könnten so, wir haben nicht mal Soja. Das heißt, wir können auch kein veganen Quark machen. Das waren alles die Eisenzähne. Wir könnten, können wir aus Blaubeeren was machen? Wir machen ein Blaubeerkarottenmus an gegrillter Kartoffel. Irgendwie sowas in die Richtung. Sehr, sehr, sehr lecker. Ihr Lieben, stellt euch bitte an, der Gute, der Lenzer, ist unser, ist unser Grillmeister heute. Ja, er kümmert sich um unser Wohlbefinden. Wir sind noch 700 Punkte entfernt von unserer Forschung. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und wir sind mit neun Punkten so zufrieden wie nie zuvor. Der Lenzer ist übrigens bei 11 und hat damit eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit. Bewegungsgeschwindigkeit sehr schön. Nächste Stufe ist 12 und da kriegen wir erst bei 17 was. Also da können wir noch lange warten. Kevin ist bei minus 15. Tja, Kevin, stell dich nicht so an. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.